Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Lesemonat für den Februar. Ich habe in diesem Monat ziemlich viele Hörbücher gehört, also wirklich für mich überdurchschnittlich viel. Aber es gab auch drei Printausgaben, wie ihr hier schon sehen könnt, auf die möchte ich auch noch eingehen. Aber zuerst einmal ganz kurz im Überblick. Ich habe 31 Stunden gehört und 1584 Seiten gelesen. Insgesamt sieben Bücher habe ich beendet. Der Monat begann auch mit einem Hörbuch und zwar mit Artemis von Andy Weir. Das ist das neue Buch des Autors, der auch den Martianer geschrieben hat, The Martian. Das Buch habe ich schon gelesen und fand es unglaublich toll. Und so musste ich natürlich auch das zweite Buch des Autors mir recht zügig dann zulegen. Und ich habe es auch nicht bereut. Also auch dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist hier wieder eine Science-Fiction-Geschichte. Wir sind auf dem Mond in Artemis, der einzigen Siedlung auf dem Mond, in der auch Menschen leben. Es ist eine kleine Stadt, richtig. Und dort lebt man ganz anders als hier bei uns auf der Erde natürlich. Denn alles muss abgeregelt sein. Menschen brauchen auch in dieser Geschichte Luft zum Atmen, sodass dort nicht viel Platz ist und Wohnungen wirklich ganz, ganz klein sind. Und die sind alle wahnsinnig abgesichert, sodass die Luft in der Stadt bleibt. In dieser Stadt lebt Jasper Schorrer und sie ist so eine kleine Kriminelle. Allerdings eine mit einem guten Herz. Also sie hilft schon auch gerne anderen. Trotzdem ist sie so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten und sie ist eine Schmugglerin. Und irgendwann bietet sich dann ein großer Deal an. Und sie kann dann nicht wirklich Nein sagen, denn ihr wird sehr viel Geld geboten. Und sie hat es einfach satt, in ihrer winzig kleinen Unterkunft da zu leben, die wahnsinnig laut ist, auch noch dazu. Denn die Wände sind nicht wirklich isoliert. Und sie schaut nur auf das Geld, es hakt zu. Und ab da verstrickt sie sich in einem riesigen Unterfangen. Und wir begegnen dann auch noch der Mond-Mafia. Und ab da wird es wirklich richtig spannend. Auch hier haben die Naturwissenschaften wieder eine größere, eine tragendere Rolle in der Geschichte. Allerdings nicht so sehr wie im Marciana. Also im Marciana war ja wirklich das Besondere, dass der Autor das so einfach verständlich und spannend rübergebracht hat und das so toll mit in die Geschichte eingewoben hat. Hier gibt es auch so ein paar Fakten mit dazu. Allerdings nicht so umfangreich und auch nicht so direkt mit der Geschichte verbunden. An manchen Stellen schon, aber das hätte ich mir noch ein kleines bisschen mehr gewünscht. Aber trotzdem fand ich das Buch unheimlich toll. Vor allem das Hörbuch auf Englisch kann ich euch empfehlen. Das wird von einer Schauspielerin gelesen. Und sie kann auch wirklich alle Stimmen da drin ganz, ganz toll rüberbringen. Und es hat einfach viel, viel Spaß gemacht, das zu hören. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe dem Buch, obwohl ich diesen kleinen Kritikpunkt habe, trotzdem fünf Steine gegeben. Dann zu diesen beiden Büchern habe ich schon ein gesondertes Video gemacht. Eine Doppelrezension. Zum einen habe ich den abenteuerlichen Simplicissimus Deutsch und Continuation von Grimmelshausen gelesen. In dieser wirklich ganz, ganz tollen Reklamausgabe. Das ist der Text von 1669, nicht modernisiert und liest sich erstaunlich gut lesen. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz berühmter Klassiker der deutschen Literatur. Es geht hier um den 30-jährigen Krieg, dessen Beginn sich auch in diesem Jahr zum 400. Mal jährt. Also ist auch 2018 das Jahr, in dem man dieses Buch lesen sollte, wenn man es denn lesen möchte, finde ich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein wirklich sehr interessanter Klassiker, der es zum einen Einblick in das Leben der Menschen im 30-jährigen Krieg gibt. Aber natürlich auch, in dem die Gewalt ein großes Thema ist. In dem die Verrohrung der Menschen auch hier zum Tragen kommt in der Geschichte. Ebenso wie die grundsätzliche Frage, ob der Mensch zu gutem fähig ist und wenn, ob er das in Gesellschaft mit anderen Menschen sein kann oder eigentlich nur und dann auch nur sein Seelenheil finden kann, wenn er als Einzittler lebt und allein ist. Das, fände ich, war die Grundfrage in dem Buch für mich und fand ich sehr, sehr interessant. Ich war schockiert mitunter. Aber das ist halt einfach, denke ich, in jedem Krieg so, wie viel Grausamkeit einfach herrscht und wie natürlich das für Menschen sein kann, was dann auch in dem Buch hier noch deutlicher zur Sprache kam. Denn in diesem Sachbuch, der 30-jährige Krieg, in der deutschen Barockliteratur von Volker Meid, werden auch andere Quellen noch mit hinzugezogen. Hier spielt auch der Simplicissimus eine etwas untergeordnete Rolle, aber er kommt auch zur Sprache. Größtenteils jedoch werden hier auch auf Propagandaschriften, auf Flugblätter, auf Tagebücher Bezug genommen, ebenso wie auch auf verschiedene politisch inspirierte Gedichte. Und vor allem Auszüge aus einem Soldatentagebuch haben mich doch sehr stark berührt in dem Buch, da dort wirklich so deutlich wurde, wie Gewalt und Tod und Verstümmelungen und einfach, was die Menschen aneinander angetan haben, wie sehr das zum Alltag gehörte für einen Söldner damals. Und ja, wie das einfach so zwischen ganz alltäglichen Sachen, denn mal kurz mal zur Sprache kommt, aber als nichts wirklich Besonderes dargestellt wird. Und ja, das fand ich wirklich sehr interessant, sehr erschreckend. Es gibt ja auch ein etwas größeres Kapitel zur Hexenverfolgung während des 30-jährigen Krieges, was für mich auch recht neu war, wie diese auch politisiert wurde während des Krieges. Und ja, insgesamt kann ich das ja auch sehr, sehr empfehlen. Dieses Sachbuch, dem Simplicissimus, würde ich vier Sterne geben. Und diesem Buch auch vier Sterne, obwohl mir das noch ein bisschen besser gefallen hat, weil ich hier einiges noch lernen konnte und es mich sehr berührt und schockiert zurückgelassen hat. Jetzt habe ich doch schon wieder mehr zu den beiden Büchern gesagt, als ich eigentlich wollte. Meine Rezension zu den beiden Büchern jedoch ist noch ausführlicher. Und da lese ich auch ein Stück aus dem besagten Tagebuch vor. Also wenn euch das interessiert, das ist unten verlinkt. Danach hörte ich auf Spotify die Judenbuche von Annette von Droste-Hülsdorf. Und diese Novelle hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Wir haben in der Schule nur mal so einen Auszug draus gelesen. Ich weiß, eine Parallelklasse hat das insgesamt gelesen, das komplette Werk. Wir nicht. Und ich habe das jetzt nachgeholt und mir hat es wirklich wahnsinnig gefallen. Also das war ein weiteres Fünf-Sterne-Buch. Das Führbuch gibt es auf Spotify momentan verfügbar. Und ich muss sagen, der Sprecher war nicht ganz so meins. Aber trotzdem, die Geschichte macht es einfach mit. Es ist eine Kriminalgeschichte und im Mittelpunkt steht hier die Ermordung des Juden Aaron. Und im Zusammenhang damit auch diese Judenbuche. Ein Baum, der in der Nähe des Dorfes B, das wird auch nie richtig angesprochen, welches Dorf das hier nun sein könnte, steht. Und dieser Baum hat einen Einfluss, der ganze Wald, aber der Baum speziell, auf die Geschichte und auch auf den Protagonisten. Denn der ist der Verdächtige in dem Mordfall. Und wir begleiten ihn sein ganzes Leben. Hierdurch, die Geschichte beginnt mit seinen Eltern. Er hatte ja eine recht schwierige Kindheit, denn im Alter von neun Jahren hat er seinen Vater verloren. Und seine Eltern waren nicht wirklich glücklich miteinander. Seine Mutter hat relativ spät geheiratet und dann auch eher gezwungenermaßen, denn sie konnte einfach nicht alleine für sich sorgen und hat sich dann irgendwann doch dazu entschlossen zu heiraten. Dann war einfach nicht mehr viel übrig, wovon sie auswählen konnte. Und sie musste einen Alkoholiker nehmen, der dann sich im Rausch im Wald schlafen gelegt hat und dort befroren ist. Und das prägt die Kindheit Friedrichs sehr. Er versucht, dazuzugehören. Es fällt ihm etwas schwer. Andere Kinder necken ihn bis hin zu wirklich bösartigen Streichen. Und auch als junger Mann hat er so ein paar Schwierigkeiten, dazuzugehören und auch sich so am Gesetz vorbeizuschlängeln. Und in dem Dorf B ist nicht alles so im Reinen. Und ich fand es sehr schön, wie die Autorin hier eine, ja so eine Dorf-Milieu-Studie ja eigentlich aus dem Buch gemacht hat. Es ist vordergründig eine Kriminalgeschichte, aber eigentlich geht es mehr um das Dorf und um das Miteinander der Menschen. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr genau, dass das absolut mein Ding ist. Also sobald es irgendwie um mehrere Leute geht, die irgendwie zusammenleben oder auf engerem Raum, in einem Dorf, in einer Gemeinschaft, in einem Häuserblock irgendwie zusammenleben und da miteinander rauskommen müssen. Und wenn es dann eine Studie darüber gibt, wie die das machen, dann, ja, mein Buch. Nachdem ich jetzt schon vier Bücher hatte, die mir wirklich sehr gut bis überragend gefallen haben, ging es dann bergab im Monat Februar. Ja, ich habe als nächstes die Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr von Walter Möhrs mit Illustrationen von Lydia Rode gelesen, zusammen mit der Melanie vom Kanal Melanie liest. Auch ihr Kanal ist unten verlinkt. Wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet, ich kann sie euch absolut empfehlen. Nicht nur, wenn ihr euch für Söller begeistert, denn das ist so ihr Hauptgenre, das sie liest, aber auch einfach insgesamt als Menschen solltet ihr sie unbedingt auf YouTube mal kennenlernen, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und wir haben zumindest gemeinsam begonnen mit der Prinzessin Insomnia. Ich mag Walter Möhrs sehr. Ich habe alle Zermonien-Romane gelesen. Das hier war eben noch übrig. Ich habe mir das aber auch recht schnell gekauft, als es herauskam. Dann lag es jetzt ein paar Wochen, um nicht zu sagen Monate. Und dann haben wir es dazu gegriffen. Ich hatte recht hohe Erwartungen, denn Zermonien ist halt einfach irgendwie schön und habe mir auch hierunter einen neuen Zermonien-Roman vorgestellt. Aber obwohl das Setting schon in Zermonien ist, ist es eigentlich nicht wirklich Teil der Geschichte. Denn wir befinden uns hier zu 90% des Buches im Gehirn der Hauptprotagonistin, des Hauptcharakters, Prinzessin Dülia. Ja, sie leidet unter Schlafstörungen. Sie kann mitunter tagelang nicht schlafen. Hier hat sie gerade 18 Tage am Stück nicht wirklich geschlafen und bekommt dann so ein paar Halluzinationen. Eine davon ist der Albtraumfarbene Nachtmau. Zumindest glaubt sie zuerst, das wäre eine Halluzination. Es stellt sich dann aber heraus, dass es ein kleiner Gnom ist, der etwas bösartig ist, so ein kleiner frecher Gnom. Und der möchte sie gerne in den Wahnsinn treiben, denn das ist so seine Daseinsberechtigung auf der Erde. Und ja, sie entschließen sich dann dazu, in Prinzessin Insomnias Gehirn zu reisen. Und dann, das passiert so auf den ersten, ich weiß gar nicht, ersten paar Seiten. Und dann sind sie im Gehirn. Und von da an bis zum Ende laufen sie durch Prinzessin Insomnias Gehirn und laufen da durch. Und irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr, warum die das überhaupt gemacht haben und was das Ziel ist. Und was sie damit bezwecken wollen. Und was am Ende auch gar nicht so wichtig war, fand ich. Also, das Buch ist relativ hübsch gemacht. Ihr habt ja wirklich auch schöne Illustrationen drin, aber das ist auch echt schon alles. Also, wartet mal, ich zeige euch mal noch was. Da gibt es halt auch immer noch so ein paar kleine Monster oder Kreaturen, die im Gehirn wohnen. Und manche Ideen da waren schon recht interessant, aber irgendwie im Nachwort stand, dass das eigentlich eine Kurzgeschichte war. Und dann ist es zum Roman geworden. Und als Kurzgeschichte wäre das vielleicht, ich möchte nicht sagen ertragbar. Aber würde es vielleicht mehr Sinn machen. Ja, als Roman war es einfach 250 Seiten zu viele, fand ich. Und dann hörte ich noch zwei weitere Bücher auf Spotify. Das waren zwei Teile einer Reihe der Zeitenzauberreihe von Eva Völler, also eine Jugendbuchreihe. Der erste Teil heißt Die magische Gondel. Ich hätte nochmal nachschauen müssen. Und der zweite Teil irgendwas mit die Brücke, die hölzerne Brücke, die goldene Brücke, irgendein Adjektiv Brücke. Das sind Zeitreisegeschichten für Jugendliche. Im ersten Teil reist die, ich glaube, 17-jährige Anna mit ihren Eltern nach Venedig. Die Mutter ist, ich glaube, Physikerin oder Mathematikerin und der Vater Archäologe. Und Anna ist relativ ignorant, was so die Interessengebiete ihrer Eltern betrifft. Also sie ist sehr schlecht in der Schule und interessiert sich auch überhaupt nicht dafür, was ihr Vater erzählt. Aber sie hätte da doch mal ein bisschen was zuhören sollen, denn wie es so kommt, reicht sie in der Zeit. Sie entdeckt eine rote Gondel und in Venedig sind eigentlich alle Gondeln schwarz. Und sie kommt auch noch in einen ganz mysteriösen Maskenladen und dann trifft das alles so zusammen. Sie fällt von der Gondel und dann kabumm ist sie im Jahre 1499. Und dann ist sie auch erst mal gefangen, denn man kann gar nicht so einfach wieder zurückreisen. Sie wird dann dort untergebracht, ja, in einem Haus mit einer anderen Zeitreisenden und einer etwas biestigen Kräuterhändlerin. Und muss dann dort ein paar Wochen ausharren, bevor sie dann wieder zurückreisen kann. Und natürlich gibt es dann auch einige Abenteuer zu bestehen, denn sie kann auch erst wieder in der Zeit zurückreisen, also in die heutige Zeit, wenn sie ihre Aufgabe bestanden hat. Ja, es war eine recht niedliche Geschichte. Sie war auch unterhaltsam. Die Zeit in der vergangenen Venedig hat mir auch recht gut gefallen. Ich finde, die Autorin hat sich Mühe gegeben, das für Jugendliche attraktiv zu gestalten. Aber ich glaube, sie ist so ein bisschen über ihr Ziel hinausgeschossen. Denn sie hat sich dann solcher Vergleiche bedient, wie zum Beispiel, dass der Protagonist, also auch das Love Interest unserer Anna, beschrieben wurde als etwas jüngerer Orlando Bloom, der, wie hieß der denn, den Typ im Flut der Karibik gespielt hat. Und solche Beschreibungen gab es eben ständig. Dann sieht eben jemand aus wie Hannah Montana. Und dann sieht der Typ aus wie Orlando Bloom. Und ich hätte mir dann doch auch gewünscht, dass sie sich einer normalen Beschreibung bedienen, dass Charaktere auch einfach Eigenschaften haben können. Und nicht nur, wie irgendwelche Filmstars ausschauen. Auch so dieses geschichtliche Drumherum, da war mir Anna einfach so ein bisschen zu ignorant. Also sie hat einfach nichts gewusst. Sie hat sich auch nicht wirklich drum geschert. Aber im Venedig des 15. Jahrhunderts ging das noch. Also da wurde noch relativ viel drumherum erklärt. Im zweiten Teil dann geht es nach Paris. Und dort ist irgendwie nicht wirklich viel Historisches passiert. Also da hat auch die Autorin gar nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, uns diesen historischen Kontext näher zu bringen, fand ich. Es ging im zweiten Teil mehr um dieses Love Interest und um die Probleme, die es miteinander hatten. Viel mehr als um die eigentliche Aufgabe, die in der Vergangenheit zu erledigen war. Aber dem ersten Teil habe ich noch drei Steine gegeben, denn es war unterhaltsam. Und es war auch nett, das zu hören. Die Sprecherin hat das recht schön gelesen. Es war einfach so ein schönes Buch zum Arbeitsweg und zurück einfach mal zuzuhören. Aber es war auch nicht mehr. Und der zweite Teil hat mich dann doch noch enttäuscht, obwohl meine Erwartungen schon nicht mehr so hoch waren nach dem ersten Teil. Aber hier waren immer noch die Beschreibungen ähnlich, dass mir über Vergleiche gearbeitet wurde, als eigentlich etwas Neues zu kreieren und Charakteren auch etwas mehr Tiefe zu geben. Zugleich war Anna noch ein bisschen naiver und hat sich noch blöder angestellt als im ersten Teil. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und obwohl alle drei Teile auf Spotify verfügbar sind, hänge ich den dritten jetzt nicht unbedingt noch so hintendran. Mal schauen, ob ich mir den nochmal irgendwann zu Gemüte führe oder nicht. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand von der Zeitreisenden Anna. Das war jetzt ein kleines bisschen zu viel. Und das waren jetzt alle Bücher, die ich im Februar beendet habe. Ihr dürft mir natürlich wie immer gerne in den Kommentaren etwas dalassen, eure Meinungen. Vielleicht habt ihr auch einige der Bücher schon selbst gelesen. Ich weiß, dass die Zeitenzaubertrilogie gerade wahnsinnig populär auf YouTube ist. Die habe ich irgendwie diesen Monat überall gesehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habt ihr die Bücher ja auch auf Spotify gehört oder vielleicht habt ihr sie auch gelesen. Mich würde es brennend interessieren, ob euch das gefallen hat. Und wenn ja, was euch daran gefallen hat. Wenn nicht, ob ihr mir zustimmt oder ob ihr andere Punkte hattet, die ihr kritisieren würdet. Aber auch Walter Mürs und die Prinzessin Insomnia. Da würde ich mich auch sehr über einen Austausch freuen. Auf Goodreads hat das Buch doch eine recht hohe Bewertung. Die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Sicht der Dinge auch in den Kommentaren so ein bisschen näher bringen könntet. Vielleicht habe ich da auch einfach irgendwas nicht mitgekriegt in dem Buch. Aber natürlich auch Artemis oder die Klassiker Simplicissimus, die Judenbuche oder auch mein Sachbuch über den 30-jährigen Krieg. Was immer ihr mir in den Kommentaren schreiben möchtet. Ich freue mich drüber. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss!